Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LensTV natürlich mal wieder. Und zum Jahresabschluss gibt es natürlich die Herbstbewertungen für unsere Blackies. Und eins will ich gleich mal vorweg nehmen. Ja, eigentlich gibt es nicht viel zu bewerten. Das ganz große Ganze, das passt im Moment bei Sturm. Und ja, das sind wirklich da nur minimale Steigerungspotenziale von den meisten Kickern. Wie ich finde, für den Moment, auch was die Spielweise anbelangt. Also von dem her sind wir schon, zumindest gefühlt, schon ziemlich am Limit. Und ja, soviel eben dann nur dazu, dass man jetzt so die Bewertungen nicht so 100% genau nehmen muss. Weil ja, das große Ganze, das passt bei den Blackies. Das einzige Konstante in diesem Jahr, wo man sich wirklich hat regelmäßig freuen dürfen. Und man sieht es ja auch an der Tabelle, die nochmal hier kurz eingeblendet an der Stelle. Und ja, wer hätte sich das gedacht vor der Saison? Ich auf jeden Fall nicht. Also, dann fangen wir an. Und wir beginnen mit den Torhütern. Und da gibt es eigentlich nur einen erwähnenswerten Mann mit Spielpraxis. Das ist natürlich unsere Nummer 27. Jörg Siebenhandel. Und der hat einen, ja, überragenden Herbst hinter sich. Also, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, je älter das wird, desto besser. Und Souverän er spielt ja natürlich auch eher ein ganz, ganz wichtiger Mosaikstein im Gesamtkonzept Sturm im Moment. Und ja, der hat einfach gehalten, was zu halten war. Ja, ist nicht umsonst auch wieder ins Nationalteam einberufen worden. Und Siebenhandel, der ist halt wirklich der Fels in der Brandung, auch in der Defensive, wenn es dann wirklich mal bremslich wird. Was ja, Gott sei Dank, nicht so extrem oft vorgekommen ist in diesem Herbst. Also, vor dem Siebenhandel ganz klar eins mit Sternchen. Da braucht man gar nicht viel weiter drum herum reden. Und ja, ansonsten sind eigentlich noch Schützenhauer und Maric klarerweise ohne Bewertung. Keiner von den beiden hat einen Einsatz zu verbuchen. Weil ein Siebenhandel, muss man klar sagen, aufgrund seiner sehr, sehr souveränen Leistungen, und das jetzt schon über mehrere Spielzeiten hinweg natürlich auch wohl bemerkt, gibt es im Moment kein Vorbeikommen. Und ja, da muss man einfach froh sein, dass man so jemanden im Kasten hat. Wir machen dann weiter mit den Innenverteidigern. Und ja, da ist, muss man auch sagen, das große Ganze ziemlich aufgegangen. Also, die Defensive macht einen sehr, sehr guten Job. Europaweit ist man im Spitzenfeld, was die Gegentore betrifft oder die wenigen Gegentore. Und ja, da gibt es einen Spieler vielleicht, der der Defensive so noch ein Stück weiter rausragt wie seine Kollegen. Das wäre klar, Jon Goritz, Stankovic, der Neuzugang aus Huddersfield Town, der hat voll eingeschlagen. Also Stankovic als Innenverteidiger eigentlich begonnen, hat sich aber auf der Sechs eingefunden und fühlt sich auf dieser Position sichtlich wohl. Man muss sagen, man hat auch mit Stankovic, und das hätte ich mir vor der Saison auch schwer gedacht, gerade diese, ja, die jungenöse Sechser-Position mehr als ideal ausgefüllt. Also nach dem fixen Abgang von Dominguez war ja schon ein bisschen ein Fragezeichen auf dieser Position. Und ja, man muss da wirklich sagen, mit Stankovic hätte ich da nicht gerechnet, dass er erstens mal so flexibel ist. Und ja, er räumt Beinhard ab, trotzdem sehr, sehr ruhige Spielweise. Und wirkt auch immer relativ ruhig und unaufgeregt während dem Spiel. Also, trotzdem ist er da zur Stelle, wenn er da sein muss. Ein sehr gutes Spielverständnis. Man merkt einfach, dass er so ein bisschen internationale Erfahrungen hat sammeln können. Vor allem in der Premier League eben auch. Und ja, das sieht man einfach. Also von dem her, Stankovic ganz klar, eins mit Sternchen. Und ja, natürlich auch zu hoffen, dass da nicht so viele Vereine schon aufmerksam geworden sind auf den Slowen. Aber bis jetzt top, vielleicht doch mal wirklich die Kirsche auf der Sahnetorte, was so die Defensive betrifft. Ja, der nächste wäre dann Gregory Wüthrich. Gregory Wüthrich, ja, Neuzugang aus Australien. Der Schweizer hat auch seine Sache, finde ich, sehr, sehr souverän gemacht. Allein auch, ja, hat das letzte Tor im alten Jahr geschossen. Und man muss schon sagen, also bei Wüthrich, der wirkt eigentlich so, also wenn man ihn jetzt sieht, ziemlicher Brocken. Relativ hölzern, ist jetzt aber nicht mal so extrem unbeweglich, wie ich finde. Macht seine Sache gut, sehr, sehr souveräne Abräumer. Auch da hinten ein gutes Stellungsspiel. Und natürlich auch präsent aufgrund seiner körperlichen Vorteile. Also da würde ich auch sagen, eigentlich ein souveräner Einser. Braucht man auch gar nicht viel drum herumreden. Ja, Wüthrich, bis jetzt top Transfer. Profitiert natürlich auch vom sehr, sehr gut harmonierenden Gesamtgefüge. Das kann man aber über jeden Spieler natürlich auch sagen. Und ja, auf jeden Fall hat sich dieser Transfer bislang auch auf alle Fälle bezahlt gemacht. Dann kommen wir zum nächsten Innenverteidiger, David Nemeth. David Nemeth, relativ kurzfristig ja noch verpflichtet im Herbst nach der Verletzung von Geierhofer. Hatte man Handlungsbedarf in der Innenverteidigung. Und ja, David Nemeth wurde eben dann auf die Schnelle für ein Jahr von Mainz 05 ausgeliehen. Man kennt ihn in der Bundesliga, war bei Mattersburg ziemlich erfolgreich unterwegs. Und ja, bei Nemeth muss man auch sagen, den hatten, glaube ich, wenige auf dem Schirm vorher. Und auch er ist aufgegangen. Also er hat sich eigentlich ohne gröbere Anpassungsprobleme sofort gut eingefügt. Da muss man sagen, ja, für sein Alter ist er auch wirklich schon sehr, sehr erfahren, was eigentlich die Spielintelligenz anbetrifft. Kommt mir zumindest nach meiner subjektiven Wahrnehmung so vor. Allein schon, wenn man es schon sieht, also seine langen Bälle, die kommen an. Das hatte man auch schon eine Zeit lang nicht mehr bei Sturm gesehen. Also ein ziemlich gutes Präzisionsspiel nach vorne. Und ja, wie gesagt, bei Nemeth, da merkt man, nicht umsonst haben die ihn die Mainzer geholt. Also der wird sich, glaube ich, auf Dauer irgendwo in einer größeren Liga finden, wenn er so weitermacht. Also bei Sturm hat er auch eher eingeschlagen. Und ja, man kann dann nur hoffen, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt, auch David Nemeth vielleicht auch langfristig an die Blackies zu binden. Mal schauen, ja, was da die Zukunft bringt. Auf jeden Fall im Moment kann man ja mit dem Neuzugang definitiv glücklich sein. Also auch Nemeth bekommt die 1. Und wir machen weiter mit den Außenverteidigern. Geierhofer übrigens bekommt keine Bewertung, eben weil er verletzungsbedingt nicht wirklich viele Spiele machen konnte. Ich glaube, das war so am dritten Spieltag gegen Hartberger, wo er ab diesem Zeitpunkt ist er da ausgefallen. Also von dem keine Bewertung für Geierhofer auch an der Stelle. Bei den Außenverteidigern, da beginnen wir links. Ama Dundante, letztes Jahr auch er, beim Stichwort Hartberg, ja, an Hartberg ausgeliehen gewesen. Und ja, hatte dort, glaube ich, ein bisschen mühsamen Start, hat sich dann letztendlich aber auch durchgesetzt und ist jetzt auch bei Sturm im Moment aus der Startelf nicht wegzudenken. Auch natürlich, weil er schon auch profitiert hat, dass ja sein Konkurrent unter Anführungszeichen und dieser Position, Vincent Trumma, sich ja auch verletzt hat und auch, ja, lange ausgefallen ist. Und ja, man muss sagen, Dante hat aber seine Chance objektiv, also objektiv, optimal natürlich genützt. Also Dante, nicht umsonst auch jetzt so ein bisschen im Fokus von Salzburg. Man kennt das ja, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das vielleicht auch, ja, so ein bisschen Gerüchte streuen, um, ja, die Blackies da zu verunsichern ist, von Salzburger Seite. Aber auf jeden Fall, ja, mit Dante hat man so den nächsten Shootings da. Also bis jetzt auch, würde ich sagen, ganz klarer Einser macht seine Sache gut. Er macht schon auch noch Fehler, aber trotzdem im Großen und Ganzen, finde ich, ja, macht das eben einfach gut für sein Alter mit viel Speed. Und ja, bei Dante, wie gesagt, er hat ja eine Lücke gefüllt, die eigentlich seit der Lyko Giannis-Abgang so ein bisschen leer blieb auf links. Muss man sagen, also konnte nie so im vollen Umfang wirklich ausgefüllt sein. Und jetzt hat man wieder da einen Außenverteidiger, nicht nur mit Speed, der auch, ja, technisch gar nicht so schlecht unterwegs ist, wie ich finde. Also von dem her bis jetzt auch Dante, top. Also auch hier ein klarer Einser. Ansonsten eben Vincent Thomas, ein Konkurrent. Keine Bewertung, klarerweise, weil er eben verletzt ausgefallen ist. Und dann kommen wir auf die rechte Seite und da ist eigentlich ja der einzige richtige Rechtsverteidiger im Moment bei Sturm, Sandro Ingolic. Ingolic ja vor der Saison auf St. Pölten verpflichtet worden. Und ja, auch Ingolic ist aufgegangen, logisch. Also die Abwehr sowieso, wie gesagt, ein Bollwerk. Das sind nur, ja, ganz kleine Optimierungsversuche. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, braucht man sich nicht beschweren. Auch Ingolic trickt seinen Partner zu Beinen, nach vorne gefährlich, hinten meistens recht souverän. Und ja, deswegen auch für mich bekommt Ingolic einen Einser. Also die Einser, die schmeißen wir heute einfach mal so raus wie die Fuffis. Ganz, ganz, ja, ganz, ganz souveräner Herbst auch von Ingolic. Auch keine Anpassungsprobleme gehabt bei Sturm. Und ja, auch, ich glaube, mit ihm werden wir noch viel Freude haben. Der nächste ist dann Gazibegovic, Yusuf Gazibegovic. Eher gekommen aufs Liefering vor der Saison. Und ja, bei Gazibegovic muss man sagen, der hat jetzt nicht so extrem viele Einsätze bekommen. Da kann man vielleicht am ehesten jetzt noch eine durchschnittliche Note eher vergeben. Hat seine Sache auch gut gemacht. Jetzt keine extremst gravierenden Fehler, wie ich finde. Jetzt auch nicht extrem, jetzt positiv aufgefallen. Da würde ich, ja, trotzdem ein Zweier mal vergeben. Wie gesagt, mangelnde Spielzeit. Da müsste man auch schauen, wie der ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommt. Wird schon hier und da eingewechselt unter Ilse. Aber da, ja, hat er sicher sein volles Potenzial noch nicht entfaltet. Im Verbund, in der Defensive funktioniert es auch meistens mit Gazibegovic. Aber ja, im Großen und Ganzen ist er jetzt im Moment trotzdem noch eher den Tipp mehr Ergänzungsspieler. Mal schauen, ob es eben im Frühjahr dann zu vermehrten Einsätzen, ja, für den jungen Außenverteidiger da noch kommen wird. Und da ohne Bewertung, auch an der Stelle ganz klar für Komposch. Komposch hat ja erst seinen Profi-Vertrag bekommen und ist bis jetzt noch kein Thema für die Startelf oder einen Einsatz gewesen. Weiter geht's mit dem Mittelfeld und da starten wir mit Ivan Lubitsch. Und Ivan Lubitsch ist so, ja, so ein bisschen das Phänomen im Mittelfeld im Erbst gewesen. Also auf der einen Seite Lubitsch als Kitaj-Spiel, die ausgefallen ist, hat Lubitsch diese Lücke als Zehner wirklich überraschenderweise für mich herrlich ausgefüllt. Also jetzt nicht unbedingt jetzt der ganz große Passgeber jetzt nur, aber torgefährlich. Vier Treffer im Herbst für Lubitsch, also für seine Verhältnisse ist das schon eine sehr, sehr torgefährliche Saison bisweilen. Und man muss sagen, er fühlt sich auch auf dieser Position wohl. Sein Pech war dann so ein bisschen, ja, gegen Ende vom Herbst, dass eben dann Kitaj-Spiel zurückgekommen ist. Und ja, vielleicht auch etwas überraschenderweise, ja, nicht Kuhn raussortiert wurde, sondern Lubitsch. Die zwei waren so ein bisschen, ja, an der Kippe, wo ganz gern noch rotiert worden ist. Und trotzdem muss man sagen, sehr, sehr guter Herbst, wie ich finde, von Lubitsch. Hat sich auf jeden Fall gesteigert, hat aber trotzdem natürlich noch weiter Steigerungspotenzial. Also es ist noch nicht zu 1000 Prozent das Gelbe vom Mai, aber ja, Lubitsch macht seine Sache immer besser. Also da hatte man doch so ein bisschen am Ende der letzten Saison ja so leichte Stagnationen festgestellt. Aber jetzt kommt er wieder. Also von dem bin ich gespannt. Ich glaube, auch Lubitsch wird auf seine Einsatzzeit im Frühjahr definitiv kommen. Er bekommt jetzt von mir, ja, eigentlich ja aufgrund seiner vier Tore eigentlich auch einen Einser. Kann spielerisch aber trotzdem, glaube ich, fast ein bisschen mehr. Also ich schwanke zwischen 1- und 2+. Ja, geben wir eher, weil trotzdem ja egal, die 1-, weil eben auch eher im Kollektiv gut funktioniert. Also von dem her, ja, mit Lubitsch, ja, da haben wir auch, glaube ich, noch viel Freude im Frühjahr und eben auch vielleicht, wenn wir ihn halten werden, in den nächsten Jahren. So, der nächste, Lukas Jäger natürlich auf der Liste. Bei Lukas Jäger muss man sagen, okay, da ist so der klassische, klassische, altmodische Sechser, wenn man so will. Also klassischer Abräumer, jetzt nicht wirklich, klar, spielerisch die Granate, das muss man ehrlich sagen. Aber er macht seinen Job und er macht ihn, wie ich finde, auch gut. Also da scheiden sich die Geister, ist so vom Spielertyp her, sage ich mal, so ein etwas kleinerer Piesinger vielleicht, ohne die jetzt eins vergleichen zu wollen. Aber man merkt eben, wie gesagt, er ist so ein Kämpfer aus der alten Schule, wenn man so will. Und ja, im Kollektiv, wie schon mehrfach erwähnt, funktioniert das gut. Also da macht Jäger seinen Job, macht keine gravierenden Fehler. Im Gegenteil, ich finde, auch gerade bei seinen Grätschen, bei seinen Tacklings, da hat er sich gesteigert im Vergleich zur Vorsaison. Also von dem her würde ich auch Jäger auf jeden Fall, ja, ein Zweier doch auf jeden Fall geben. Doch, ja, Zweier für Jäger, gut mit Steigerungspotenzial. Aber für seine Verhältnisse, finde ich, ist er wirklich gut unterwegs. Und ist im Moment auch, wenn auch nur Ergänzungsspiel, unter Anführungszeichen, ein wichtiger Bestandteil auch in der Mannschaft, eben zum Ergebnis absichern. Dann ist es nie schlecht, so einen drin zu haben, zumal er ja auch positionstechnisch variabel ist. Also der kann ja defensives Mittelfeld und auch Innenverteidigung. Also ist schon ganz gut, dass wir ihn im Kader haben. Der nächste ist dann der Käpt'n Stefan Hirländer. Und da muss man auch sagen, bei Hirländer, den hatte ich schon irgendwo so leicht unterbewusst abgeschrieben. Muss ich zugeben. Also bei Hirländer in der letzten Saison, ja, da gab es schon auch Probleme. Lag aber auch sicher zum größten Teil an der kollektiven Leistung. Da hat bei Stumm sowieso gegen Ende sehr, sehr wenig funktioniert. Und ja, Hirländer ist auch, wie die meisten, wieder zurückgekommen. Also er ist aktuell wieder im Mittelfeld gesetzt. Da fühlt er sich auch einfach deutlich wohler als jetzt irgendwie als notgedrungener Außenverteidiger. Die Rochade, ja, als Rechtsverteidiger, das kannte man ja unter El Maestro noch. Und ja, jetzt ist er wieder am rechten Flügel mit vielleicht ein bisschen weniger Speed als früher. Aber ja, mit wichtigen Akzenten im Offensivspiel immer wieder. Also meistens ist er dann eher der, der so den, ja, vorvorletzten Pass dann spielt. Der dann aber im Endeffekt auch zu einer gefährlichen Aktion führt. Und ja, auch bei Hirländern muss man sagen, da gibt es nicht viel zu meckern. Nichtsdestotrotz ist er jetzt nicht 100%ig noch der alte Hirländer, den wir so als Zeiten des Cup-Finals kannten. Aber er ist auf dem Weg zum Comeback, wenn man so will auch. Also von dem her würde ich mal sagen, ein guter Zweier für Hirländer mit Steigerungspotenzial nach oben. Aber der Käpt'n ist auf jeden Fall back, was das angeht. Weiter machen wir dann mit Andreas Kuhn. Andreas Kuhn ist vor der Saison aus Mattersburg gekommen. Und ja, zum einen eine Top-Verpflichtung. Hätte ich mir auch ehrlich gesagt so gar nicht erwartet. Man wusste zwar aus Mattersburg, dass er ein guter Kicker war, aber schon auch sehr verletzungsanfällig. Und das ist eben immer so die Frage. Man erinnert da aus Sturmkreis an einen Klaus Salmutter, wo das ähnlich zutrifft. Und bei Kuhn muss man sagen, ja, verletzungstechnisch hat man es überwunden. Also nichts passiert. Der ist eigentlich, ich glaube, überhaupt nicht verletzt gewesen im Herbst, wenn ich mich da nicht vertue. Aber auf jeden Fall, ja, hat auch Kuhn eingeschlagen. Und ich finde, der hat sich sogar einen Einser da verdient. Also zum einen sehr variabel natürlich einsetzbar, sowohl im offensiven Mittelfeld als auch am linken Flügel. Und eben sehr, ja, sehr präzise Flanken. Und man muss schon sagen, Kuhn ein wichtiger Mann, auch viel Standards. Aber der funktioniert im Gesamtgefüge einfach auch sehr, sehr gut. Also kann den Unterschied ausmachen. Wenn er trifft, dann sind es meistens sehr schöne Tore. Und ja, bis jetzt auch bei Kuhn. Wenn er fit bleibt, dann wird er uns auch weiterhin bereichern. Und ja, da freue ich mich jetzt schon auf die nächsten Einsätze, um ihm da auch zuzusehen. Also Kuhn, Einser, ganz klar. So, der nächste, Philipp Husbeck. Philipp Husbeck, mittlerweile der Edeljoker, wenn man so will, bei den Blackies. Ist ja eigentlich von den Spieljahren her schon ein alter Haudigen, so ein bisschen bei den Schwarz-Weißen. Wenn er reinkommt, dann kommt er mit Speed. Hat man auch zuletzt gesehen, das war, glaube ich, gegen St. Pölten, wo er dann auch ein Tor mit eingeleitet hat. Gleich nach seiner Einwechslung. Nein, Blödsinn, das war das Austrierspiel, genau. Aber auf jeden Fall hat Husbeck auch eigentlich sein Soll erfüllt. Könnte natürlich ein bisschen mehr Einsatzzeit vertragen. Man muss aber sagen, im Moment, gerade auch im Mittelfeld, ist die Konkurrenz ja nicht so ohne bei Sturm. Also man hat viele Möglichkeiten. Ilza kann da mehr oder weniger wirklich rochieren, variieren, wie er möchte. Und ja, da ist Husbeck im Moment halt so ein bisschen der Edeljoker. Nichtsdestotrotz ist er natürlich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Ich glaube auch so, für das Mannschaftsgefüge, ja, auch ein ganz, ganz wichtiger Mann und Bestandteil. Also von dem Husbeck bekommt man einen Zweier. Besser geht natürlich immer. Dann können wir eigentlich auch schon, ja, zu den vielleicht herausragendsten Spielern in diesem Herbst, was das Mittelfeld anbelangt, geht, kommen. Ja, natürlich Ota Kitajwili. Unser kleiner, schwarz-weißer Mini-Messi. Also Kitajwili ist zurückgekommen und wie. Und wie, ganz ehrlich. Also im letzten Jahr, da gab es ja schon so leichte, ja, leichte Sagungen von überbewertet. Also ist so im Raum gestanden, was ich so mitbekommen habe. Und man wusste, Kitajwili ist ein super Kicker. Im System El Maestro hat es aber halt überhaupt nicht funktioniert. Jetzt unter Ilze hat er natürlich in der Offensive zum einen durch das veränderte und sehr variationsreiche Offensivspiel eigentlich, ja, mehr Freiheiten. Und natürlich kann er seine spielerische Klasse da besser ummünzen und einfach zeigen. Also allein schon, wie oft er wirklich diesen entscheidenden Pass perfekt in die Schnittstelle gespielt hat in diesem Herbst. Das ist schon wirklich, ja, aller Ehren wert, muss man sagen. Und auch die Torgefahr, die hat zugenommen, gerade in den letzten Partien, eben jetzt vor der Pause. Und ja, bei Kitajwili ganz klar eins mit Sternchen, der geht jetzt richtig, richtig auf. Und ja, auch da kann man nur sagen, dass der Fußball dort hoffentlich seinen Vertrag verlängern soll, soweit es möglich ist. Denn Kitajwili wird natürlich, ja, ist er eigentlich ja schon auf den Schirm des einen oder anderen größeren Klubs landen. Und ja, dann schauen wir mal. Also ich glaube nicht, dass jetzt in diesem Winter schon was passieren wird, transfertechnisch. Aber im Sommer, ja, muss man auf alles gefasst sein. Also von dem, ja, an Kitajwili heißt es sich erfreuen, solange er noch da ist. Das war es dann eigentlich dann aus dem Mittelfeld. Janscher, den, ja, den stellen wir gleich vor, bei den Stürmern. Aber auf jeden Fall gibt es dann keine Bewertung im Mittelfeld eben für Tobias Koch, für Zettel, für Schawan Hatschei und für Schendel eben aufgrund, ja, mangelnder Spielpraxis in diesem Herbst. So, und damit kommen wir last but not least eben zu den Angreifern. Und eben dazu könnte man mittlerweile Jakob Janscher auf jeden Fall auch schon dazu zählen. Der hat ja tatsächlich seine Rolle, seine ideale Rolle anscheinend beim Esker Sturm, ja, in der Stürmerposition oder zumindest, ja, in der offensiven Außenposition gefunden. Jakob Janscher, ja, nicht nur torgefährlich, legt auch Tore auf, ist auf jeden Fall einer der herausragenden Gesichter bei den Blackies in diesem Herbst gewesen. Also bei Janscher, schon an mehrfacher Stelle habe ich das gesagt, sein Xterfrühling. Und auch bei ihm war es ähnlich wie bei anderen Akteuren in der letzten Saison. Man hatte ihn schon so ein bisschen mental auf dem Abstillgleis. Muss ich auch zugeben. Also ich war mir da nicht sicher, ob Janscher jetzt wirklich nochmal sich da eben auch nach seiner langjährigen, langjährigen Verletzung da nochmal so zurückkommt. Und ja, ich habe mich eines Besseren bedieren lassen. Denn Janscher ist eigentlich, ja, ich will nicht sagen so gut wie nie, aber seit er zu Sturm zurückgekehrt ist, ist er auf jeden Fall in einer Top-Verfassung, also in seiner besten Verfassung seit seiner Rückkehr zu Sturm. Und ja, deswegen Janscher, klar, eins mit Sternchen, 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 da gibt es gar nichts. Da ist, ja, an Janscher kein Vorbeikommen, muss man wirklich sagen. Und ja, wenn JJ da so weitermacht im Frühjahr, dann kommt bei unserem Glück genau in dieser Saison dann auch noch ein Titel, vielleicht sogar dabei raus, ohne jetzt eben gleich mal zu sehr nach den Sternen greifen zu wollen. Aber ja, Janscher ist für mich persönlich im Moment so das Gesicht von Sturm, also auf dem Feld sehr präsent, ist auch so immer der Erste, der den Mund aufmacht, wenn ihm nicht passt, wie der Schiri entscheidet. Und ja, gefällt mir ganz gut, was heißt ganz gut, wirklich hervorragend in diesem Herbst. Und ja, wenn der so weitermacht, dann wird es vielleicht nicht nur einen neuen Vertrag geben, dann muss man mal gucken, wie sich das dann auch in den nächsten Jahren dann noch entwickelt. Also Jakob Janscher, ganz klar, einsam mit einem dicken Plus davon. Wir machen weiter mit Ben Kimbalay, der 29-jährige Albaner, der war ja eigentlich, ja, in dieser Saison so ein bisschen unglücklich reingegangen. Also hat seinen Stammplatz verloren, auch durch die Verpflichtung von Friesenbichler klarerweise. Und ja, man muss auch sagen, man hatte lange das Gefühl, okay, bei Balay läuft es nicht wirklich. Der hat, glaube ich, in den ersten, ich glaube, in den ersten acht Partien hat er einen Treffer gemacht. Da ging nicht so wahnsinnig viel. So gegen Ende des Herbstes hat er sich aber mit seiner, ja, ich will nicht sagen angefreundet mit seiner Joker-Rolle, aber er hat sie besser ausgefüllt. Er hat auch nach Einwechslungen getroffen, hat auch im Cup schon relativ viele Tore erzielt, auch das nicht zu vergessen. Und ja, im Großen und Ganzen finde ich eigentlich, dass Ben Kimbalay einen ganz ordentlichen Herbst jetzt gespielt hat. Also gerade auch hinten raus jetzt nochmal für Torgefahr gesorgt in den letzten Partien. Deswegen würde ich eigentlich Balay schon einen guten Zweier geben. Also es geht natürlich noch besser, aber wenn man sich das Ganze mal so vor Gemüt führt, dass eben Balay als nicht absoluter Stammspieler oder Startelfspieler doch jetzt regelmäßig zu treffen beginnt, ja, dann muss man sagen, ist Balay nicht zu unterschätzen. Ich finde auch, es wäre wichtig, ihn zu halten, ehrlich gesagt. Ich würde ihn, weil es ja Gerüchte gab, dass Balay eben vielleicht nach Albalien wieder zurück wechseln könnte. Ja, ich würde ihn halten, ganz ehrlich, wenn möglich. Denn es ist, glaube ich, schon ganz schwierig, auch weil Sturm natürlich mit einem jungen Weppo einen noch trotzdem unerfahrenen Spieler in der Hinterhand hat, hat noch, ja, dass ein Balay-Abgang der Mannschaft wehtun könnte trotzdem. Also wie gesagt, im Moment, wenn Balay selber nicht sagt, er will unbedingt weg, ja, dann würde ich ihn nicht hergeben, ganz klar. Auch wenn es ein bisschen Geld klarerweise einbringen würde. Man muss natürlich da auch ein bisschen an die Finanzen denken, schon klar, aber trotzdem Balay im Moment ja ein ganz, ganz wichtiger Edel-Backup. Und natürlich ist es schon grenzwertig, wenn Sturm sich so einen leisten kann. Also warten wir ab, was da passiert. Ich persönlich bin von Balay im Moment überzeugt und würde da sagen, ja, eben guten Zweier und kann auch gern so weitergehen. Dann kommen wir als nächstes zu Kevin Friesenbichler. Bei Friesenbichler ja auch lange Zeit, ja, ein bisschen unglücklich gewesen, dicke Chancen verstolpert etc. Und auch dem scheint jetzt der Knopf aufgegangen zu sein, auch speziell nochmal zum Ende des Herbstes in den letzten Partien ja da auch getroffen das ein oder andere Mal. Und ja, bei Friesenbichler muss man sagen, er ist vielleicht, ja, teilweise technisch wirkt er leicht limitiert. Man muss aber sagen, ist trotzdem ziemlich beweglich, finde ich, für seine Größe und ist halt auch immer so für die speziellen Momente. Also so den leichten Ansatz eines Zulechners, würde ich sagen, wobei mir Friesenbichler da spielerisch besser gefällt. Aber Zulechners war auch so einer, der hatte dann auch Pech und dann im einen Moment hat er das Hammertor gemacht, mit dem keiner gerechnet hat. Und bei Friesenbichler ist es ähnlich. Also auch der kann für diese speziellen Momente sorgen und es ist gut, dass man ihn im Kader hat, definitiv. Also auch bei Friesenbichler würde ich mal sagen, der bekommt einen guten Zweier. Kann noch mehr, da ist sicher Steigerungspotenzial, speziell bei der Trefferquote klarerweise. Aber wie gesagt, gegen Ende des Herbstes ist auch er immer besser in Schuss gekommen, hat sich auch seinen Stammplatz zu Recht erarbeitet. Gegenüber Balei speziell. Und ja, auch bei Friesenbichler muss man sagen, gut, dass wir ihn haben aktuell. Als nächstes kommen wir dann zum Weppu, Franziskum Weppu. Auch der wurde ja erst im Herbst verpflichtet. Hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Spielzeit bei den Schwarz-Weißen bekommen. Gute Ansätze sind da, mehr ist aber im Moment auch nicht zu erkennen, deswegen auch ein Weppu noch nicht wirklich richtig zu bewerten, wie ich finde. Der bekommt erstmal keine Note. Und ja, dann haben wir noch, wir haben ihn noch, ja, Emeka Freide Ese. Der ist immer noch im Kader bei Sturm, aber ist, muss man auch klar sagen, gar kein Thema mehr für die Startelf, geschweige denn für einen Einsatz. Also da sind, keine Ahnung, die Fronten verhärtet, der Käse gegessen oder wie man auch dazu sagen will. Ese, bin ich mir auch sicher, ist sicher ein heißer Kandidat für einen Wechsel in diesem Winter. Mal schauen, ob sich ein Abnehmer findet. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich, was auch schade ist natürlich, denn auch Ese hat schon seine Glanztage in Graz gehabt. Gerade auch die Cupsaison unvergessen, das Spiel gegen Rapid etc. Und ja, es ist schade, dass er nach seiner Verletzung nie wirklich so hundertprozentig mehr zurückgekommen ist. Aber ja, ich glaube, Ese und Sturm, die Geschichte ist vom Tisch. Also da wird es in absehbarer Zeit, wenn ich diesen Winter spätestens im Sommer, eine Trennung geben. Und ja, auch Ese eben aufgrund der Mangel der Spielzeit ohne Bewertung. So, mein Gesamtresümee. Also vom Herbst her muss man sagen, die Blackies mit einer überragenden Saison bislang. Man hat damit nicht rechnen können. Wenn man auch daran denkt, wie schwierig die ersten Partien noch waren. Also da hatte man seine Stolpersteine schon. Das Anfangsspiel gegen St. Pölten war noch nicht berauschend. Auch ja, das Remis in Hartberg. Also da hat man sich noch schwer getan. Der Sturm hat aber eben sich sehr, sehr schnell, sehr kontinuierlich gesteigert. Gerade die Defensive war eben auch das herausragende Punktstück in diesem Herbst, muss man sagen. Also das war, glaube ich, so, ja, vielleicht so ein bisschen der Traum von El Maestro, den Ilze im Endeffekt dann verwirklicht hat. Natürlich mit einer anderen Spielidee, die schon trotzdem einen Tick kreativer und natürlich auch ein bisschen aufwendiger ist, wie das, was wir unter seinem Vorgänger gesehen haben. Und ja, dieses Gesicht finde ich, wie auch schon mehrfach erwähnt, das passt zu Sturm. Sturm macht wieder Spaß zuzusehen. Und ja, auch bei Ilze gibt es ganz klar einen Einser natürlich an der Stelle. Also mit Sternchen da scheint es zu passen. Sturm mit einem steirischen Trainer, das funktioniert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass jetzt, ja, Ilze und auch Schicker natürlich klar nicht untätig sein werden. Man wird sehen, ob da wirklich auch noch was passiert in diesem Herbst transfertechnisch. Mal schauen. Ich rechne eher mit dem einen oder anderen Abgang, glaube aber auch nicht unbedingt, dass jetzt ein, ja, wirklich ein Stammspieler verloren gehen wird. Ich hoffe es zumindest nicht. Außer da flattert eben ein Millionenangebot auf den Tisch. Könnte man klarerweise aus wirtschaftlicher Sicht immer gut gebrauchen. Aber trotzdem, Sturm hat eine Truppe, die im Großen und Ganzen funktioniert. Ich glaube, man ist auch mental ganz gut gewappnet für das Frühe. Denn eins ist klar, keiner erwartet wirklich, dass Sturm jetzt diese Leistungen eins zu eins konservieren kann. Also zumindest über die gesamte Saison. Und gerade, weil die Erwartungshaltung, glaube ich, trotzdem nicht so extrem ist. Zumindest nicht bei mir im Vergleich zu den letzten Jahren. Ja, gerade dann kann es auch aufgehen. Dass Sturm vielleicht sogar wirklich bis zum Ende oben mitmischen kann. Ich glaube, der Meistertitel ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen, ja, ein bisschen Fantasie. Aber zumindest, ja, in der Nähe der Europa-Cup-Plätze, da wird man sich weiterhin aufhalten. Ich glaube, auch die Meistergruppe ist erst mal durch. Also dass man sich da dann dafür qualifiziert hat oder sich qualifizieren wird, steht für mich eigentlich außer Frage. Wie gesagt, wenn Sturm nur so halbwegs die Leistung auch im Ball behält, wie in diesem Herbst, ja, dann wird es eine richtig, richtig geile Saison. Es wäre natürlich schön, auch in absehbarer Zeit da wieder mal im Stadion, im ganzen Ball zu wohnen. Das werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall, ja, wünsche ich euch da auch an der Stelle noch einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr habt ja natürlich auch schöne Weihnachten. Und, ja, auf das wir uns vielleicht im nächsten Jahr dann doch mal wieder im Stadion sehen. Aber wenn, dann natürlich, klar, ohne irgendeinen komischen Pass, den man da vorzeigen muss. Also, von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Ihr schreibt mir natürlich gerne eben die Kommentare, was sagt ihr zur diesjährigen Herbstsaison? Was sagt ihr zu den Bewertungen? Geht ihr da Komfort? Oder sagt ihr doch, nein, beim ein oder anderen sehe ich das anders. Ich bin da wie immer sehr gespannt auf eure Meinungen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, im nächsten Jahr, hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die schwarzen, sauber Burschen. Weiter so. Und bis dann. Ciao, ciao.